Willkommen zurück bei Final Fantasy 6 Pixel Remaster mit Sabentera Lock und Cyan. Und ja, wir haben mit imperialen Soldaten geredet. Ich weiß nicht wie viele es sind, die wir ansprechen müssen. 23 haben wir gefunden. Ich hoffe einfach, das waren jetzt alle. Und gucken wir einfach mal, wie das Bankett aussieht. Ich traue dem Bankett irgendwie nicht. Und so ward in jener Nacht das Bankett mit dem Imperator abgehalten. Bitte folgt mir. Du bist ja ein freundlicher Geselle. Ich bin so frei, mich auf die Seite der Rückkehrer zu setzen. Wohl an. Endlich ist sie weit gekommen, da wir gemeinsam bei Tische sitzen. Lasst uns anstoßen, meine Freunde, auf das Imperium, die Rückkehrer, die Heimat. Die Heimat. Wir reden von der Heimat. So soll es sein. Trinken wir auf die Heimat. Als ich erfuhr, welche Machenschaften Kefka in Doma verbrochen hatte, ließ ich ihn auf die Stelle verhaften. Doch was soll nun mit dem Schurken geschehen? Im Kerker soll er schmoren. Begnadigt ihn. Er verdient den Tod. Nee, komm, ab im Kerker mit dem. Ich verstehe. Nun, vorerst soll er in einer Zelle meine Entscheidung harren. Was in Doma geschah, ist unverzeihlich. Eine Schande für mein Reit. Wer hätte damit rechnen können, dass dieser irre Kefka Gift einsetzen würde? Geschehen ist geschehen. Erwartet keine Absolution. Entschuldigt euch noch einmal. Ja, geschehen ist geschehen. Kann man nicht mal umkehren, ne? Worte können mein Bedauern keinem Ausdruck verleihen. Kefka soll seine gerechte Strafe erfahren. Und ich will mich müden, diese Welt von allem Gift zu befreien. Um auf Celes zu sprechen zu kommen. War sie wirklich eine Imperial-Spielerin? Celes ist eine von uns. Was auch wahr, wir vertrauen ihr. Kefka hat nichts als Lügen verbreitet. Früher, als ich erkannte Celesen den Irrsinn dieses Krieges. Nur aus diesem Grund schloss sie sich den Rückkehrern an. Nun denn, sollte es noch Fragen geben, will ich sie gern beantworten. Warum begann dieser Krieg? Was bewegt euch zum Frieden? Warum der Diskurs mit den Soldaten? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, warum der Krieg begann? Er war machtgierig, das wissen wir. Was bewegt euch zum Frieden? Das ist eher eine Frage. Aber wirkt dann halt eben auch so von wegen, ich traue euch nicht. Warum der Diskurs mit den Soldaten? Noch gibt es solche, die diesen Frieden beliegen mögen. Eine direkte Begegnung mit euch könnte ihnen die Augen öffnen, so dachte ich. Verzeiht meine Ungeduld. Doch möchte ich das Gespräch auf die Esper lenken. Ähm, da wäre noch eine Sache. Gut, reden wir über die Esper. Der Angriff der Esper hat das Imperium in ein Trümmerfeld verwandelt. Zu mächtig sind sie. Unternehmen wir nichts drohen vielleicht gar der ganzen Welt der Untergang. In der Tat sind die Esper zu mächtig. Ähm, hier wartest ja die Esper provozierte. Da müssen wir jetzt echt leider intervenieren. Was mich dazu trieb, alles beherrschen zu wollen, kann ich nicht einmal mehr sagen. Natürlich enthebt mich dies nicht der Verantwortung für all das Leid, das ich über die Menschen gebracht habe. Verzeiht mein schlechtes Gedächtnis. Aber wie lautet doch gleich eure erste Frage? Oh fuck. Warum begann dieser Krieg? Warum der Diskurs mit den Soldaten? So, so. Jedenfalls strebe ich nach Frieden. Dies ist die Wahrheit. Bitte glaubt mir. Die Unterredung wird schon lange. Sicher seid ihr erschöpft. Ähm, eine Pause einlegen. Oh, das erinnert mich so ein bisschen an das Gespräch mit, ähm, hier mit dem Imperator bei Final Fantasy XIV, ne. Auf der einen Seite sitzen die Soldaten und der Imperator. Und auf der anderen Seite sitzen die, die gegen das Imperium kämpfen. Und eigentlich ist der Imperator eigentlich voll der Sturkopf und sagt so, Krieg, ich mache einfach weiter. Schön, dass wir drüber geredet haben. Aber ihr seid einfach nichts. Ja, lass deine Pause einlegen. Ich hoffe, dass wir Frieden, ähm, dass wir wirklich Frieden herbeiführen können. Das hoffe ich in der Tat auch. So, ich kann hier nicht weiter. Kann ich mit den Leuten reden? Gerne würden wir eure Kräfte erproben. Stellt ihr euch einem zweiminütigen Kampf? Äh. Ja. Komm, why not? Probieren wir es doch einfach. Ach, shit, der macht Drache. Das ist blöd. Das muss ich gleich nochmal ändern. So. Geändert. Perfekt. Wie wir es dachten. Wie wir es dachten. Wie wir es dachten. Wie wir es dachten. Und was machst du? Der sagt gar nichts. Okay. Gut. Dann, ähm, weiter geht's. Mich erinnert das auch ein bisschen an Wayne Solidor aus 12. Erst zum Schein friedlich tun und dann umso härter versuchen zuzuschlagen. Ja gut, ich hab 12 nie ganz gespielt, muss ich zugeben. Weil mir da vieles auf den Keks gegangen ist. Insbesondere Van und, ähm, und, und hier. Ähm. Können wir mal Penelope sagen. Wie ist sie so? Nee, die ist anders. Egal. Gibt es noch, ähm, sonst noch etwas, das ihr von mir hören wollt? Den Wunsch nach Frieden. Den Wunsch nach einer Beendung der Kämpfe. Eine Entschuldigung. Penelo. Genau so hieß sie. Ähm. Den Wunsch nach Frieden. Den Wunsch nach einer Beendung der Kämpfe. Ich glaube, das ist diplomatisch herantastbar, ja. Sehr wohl. Ein Ende der Kämpfe ersehne ich. Und eine Bitte habe ich an euch. Nach ihrem Angriff auf uns blogen die Esper nördlich mit Kurs auf die Halbmondinsel. Lassen wir sie unbehellig. Ähm, so haben wir keine Gewissheit, wann sie das nächste Mal rasen. Gerne würde ich die Esper aufschneiden und mich mit ihnen aussöhnen. Doch zieht man in Betracht, dass das Imperium den Esper bis dato angetan hat, so werden wir alleine die magischen Wiener zum Einlenken bewegen. Hier kommt Terra ins Spiel. Wahrscheinlich ist Terra die Einzige, der es gelingen kann, eine Brücke zwischen Esper und Menschen zu schlagen. In Kürze wird von Albrook aus ein Luft-, äh, ein Lastschiff mit Magitek Maxigen Halbmondinsel aufbrechen. Kann ich mit eurer Unterstützung rechnen? Ach, nee. Eigentlich nein, weil ich ganz genau weiß, dass er die doch nur unterjochen will wieder. Ja, genau. Das war auch mein Gedanke, Blechwalze. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Na klar. Drücke ich nein oder drücke ich ja? Ja, komm. Wir wollen unseren besten Männer entsenden. General Leo tretet hervor. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Der hat so einen hässlichen Sidecut. General Leo, zu euren Diensten. Den hab ich doch schon irgendwo mal gesehen. Richtig. Das Camp in Doma. Der einzige Typ, der etwas in der Birne zu haben schien. Leo ist also sein Name. Ihr seid es. Hörst sie an aus Doma. Vergebt mir, dass ich Kefkas Giftanschlag nicht zu verändern wusste. Euch trifft keine Schuld. So denn. Ich werde nach Albrook vorauseilen und euch dort erwarten. Bindet die Esper und versöhnt euch mit ihnen. Unser aller Hoffnung ruht allein auf euch. Möge Glück euch bescheiden sein. Wenn Terra geht, gehe ich auch mit. Danke, Locke. Der Rest von euch sollte hierbleiben und Gestahl im Auge behalten. Sache stinkt. Für wahr. Seid unbesorgt. Seid unbesorgt. Wir werden jeden Schritt des Imperiums aufmerksam verfolgen. In Ordnung. Wir zählen auf euch. Und wir auf euch. Seid vorsichtig und viel Glück. So, wen kann ich... Kann ich irgendwen jetzt mitnehmen? Ne. Voll. Bist. Der Krieg ist vorbei. Ja, ja. Geh mich auch. Das sehen wir noch, ne? Ob der Krieg wirklich vorbei ist? Eine Botschaft vom Imperator. Die soeben gehaltenen Unterredungen sowie die Zahl der angesprochenen Soldaten haben folgendes Ergebnis. Die imperialen Truppen ziehen sich aus Südfigur ab. Weiterhin werden unsere Truppen Doma verlassen. Das Waffenlager des Kontrollpostens im östlichen Gebirge wird aufgelöst. Waffen und Rüstungen seien euch überlassen. Dies schließlich ist ein persönliches Zeichen der Aufmerksamkeit und Wertschätzung des Imperators. Katzenglocke erhalten. Die Katzenglocke erhalten. Mit Verlaub. Genau, jetzt kann ich an die Truhen. Richtig gut. Deswegen, ich würde jetzt auch direkt als erstes erstmal zu diesem Waffendepot rüberreisen. Das also hat Gestahl vorgeschlagen. Wir sollen unsere Kräfte mit dem Imperium ein, um die Esper aufzuspüren? Ja klar, das ist alles ein richtig beschissener Plan von dem Ollengestahl. Brauche ich noch irgendwas? Ne, die sind aufgeladen. Was ich jetzt ein bisschen blöd finde, ist natürlich, dass wir echt ein bisschen mehr Leute brauchen. Feuchten, Ultima-Waffe. Sollte er die Ultima-Waffe tragen? Weiß es nicht. Warum denn eigentlich? Wenn wir die schon haben. So. Rüber da. Scheiße, ich mache ja Vita. Lull. So, dann Magie. Ach shit, die hat auch nur Feuer. Das ist jetzt echt nicht die geilste Kombination für die Kämpfe. Aber her mit den Truhen. Ich bin gespannt, was es da Schönes gibt. Oder ob es überhaupt was Schönes gibt. Wo war ja. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge. Engelsflügel. Expotion. Kill. Turboeter. Engelsring. Signalohrring. Elexia. Hermesstil. Ring. 20.000. 13.000. Hä hä, Flammenzunge. Okay. Das war wohl alles. Äh, ja gut. Gucken wir nochmal eben. Flammenzunge. Achso, Flammenzunge ist dieses Ding. Weißer Umhang. Engelsflügel. Flügel, die Engel auf der Erde fallen lassen, wirkt automatisch Levitas auf einen Träger. Eigentlich ganz witzig. Hermesstiefeln. Ähm, automatisch fast. Ah. Ja, doch. Ja, doch. Achso, die bleibt so. So, aber, Formation, die muss dann nach hinten, wenn wir eh die ganze Zeit, äh, mit ihr eh die ganze Zeit Magie wirken, dann wäre es blöd, wenn die vorne steht. Gucken wir nochmal, was das Dörfchen da liefert. Wo wir da hin müssen. Wir müssen jetzt nach Süden. Oh, ich hoffe, dass wir noch neben Leo auch Celeste wieder bekommen. Ein Hinterhalt. Nein! 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 Was für ein Esper hat ein Terra eigentlich gerade angelegt? Da müssen wir mal schauen. Bei Feuer ist zwar schön und gut, aber wäre halt eben auch ganz gut, wenn sie nochmal ein bisschen mehr drauf hat. Gucken wir mal nochmal, wahrscheinlich hat sie Ifrid, oder? Ne, Einhorn hat sie. Ähm. So. Esbar. Eigentlich ist es nicht verkehrt, wenn sie nochmal ein bisschen mehr... Genau, weil hier könnte es nämlich Feura lernen. Mit Kirin würde sie auch nochmal Vitra lernen. Also Vitra hat sie sogar schon, das ist gut. Wie sieht es denn aus? Feura ist noch bei 0%. Wie sieht es denn aus? Feura ist noch bei 0%. Wenn ich noch ein Blutschwert habe, ist das eine gute Kombo für Ultima. Okay. Okay. Oh ja, du hast recht. Schau mal. Ähm. Ich glaube, sie nimmt mal Shiba. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Dafür muss ich aber... Was war denn das? Dafür brauche ich die Dingens... Ja, die Genschi Dinger, die habe ich aber nicht. Ah, aber hier... Ne, habe ich leider nicht. Ein Blutschwert. Das wäre tatsächlich echt eine Idee gewesen. Hast du voll recht. Oh, warte mal ganz kurz. Das wäre doch mal eine Idee. Ihm den Mörderdolch in die Hand zu drücken. Ein Dolch, der den Gegner mit einem Hieb niederstrecken kann. Ist aber auch nur eine Wahrscheinlichkeit, ne? Achso, der kann eh nur eine Waffe tragen. Ja, aber das Luftschiff habe ich ja nicht. Das ist ja abgestürzt. Ah ne, stopp. Klar kann ich zum Luftschiff. Du musst da einmal rüber laufen. Uuuu. Ja, ich habe aber trotzdem keinen, ähm... Bring mir trotzdem nichts, weil ich das Blutschwert nicht habe. Vielleicht kann ich das Blutschwert hier noch kaufen oder so. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Können wir mal gucken. Ne. 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 Oder ne. Ne, das wäre echt gut gewesen. Aha. Ich dachte mir schon zu etwas. Was, dieses... Diese Vase war schon so unglaublich auffällig. Wird mir eigentlich... Sorry, das muss ich jetzt nochmal nachprüfen. Wird mir eigentlich hier auch aufge... Angezeigt. Wenn ich die Karte öffne. Ja, tatsächlich. Mir werden hier auch die Schatztronen angezeigt. Das ist ja geil. Laut Wiki ist das ein Zen. Ein Zen. Okay. Danke für diese Info. Das werde ich doch gleich mal umsetzen. Wo ist ein Zen? Da oben ist Zen. Ja gut, dann passt das. Dann können wir das machen. Weil das ist eine echt gute Kombo. Das war echt ein guter Hinweis. Danke dafür, dass man das auf die Art und Weise regeln kann. Ähm. Magie. Weil damit könnte der natürlich nochmal richtig austeilen. Weil er würde ja dann die Lebenspunkte zurückbekommen, die er als Schaden macht mit dem Blutschwert. Na, so war das ja. Und das heißt, er würde auf jeden Fall immer einen recht hohen Damage drücken. Mit seiner Waffe. Oh ne. Oh ne. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Dann hat er hast. Auto hast. Und dann noch diese, diese Aktion. Und wir müssten ja eigentlich ausreichend Kohle haben. Willkommen. Ne. Leider nein. Rastertschwert ist hier. Wir könnten nochmal, ähm. Vielleicht kommt das später erst. Kann auch sein. Weil das Blutschwert ist ja eigentlich schon eine recht heftige Waffe. Also wir gehen nochmal, wir gehen nochmal in die andere Stadt. Oh Mann, was mache ich denn hier schon wieder für'n Blödsinn? Will ja gar nicht angreifen lassen. Nein, stumm. So ein Bockmist. So, dafür hat Terra jetzt feurer gelernt. Das ist doch wenigstens etwas. Ja, davon gehe ich nämlich auch aus, dass das ja später zu finden ist. Na komm, machen wir weiter. Machen wir weiter. Wir haben ja nichts zu verlieren. Dann können wir hier nochmal kurz schlafen gehen. Irgendwo. Barhändler. Ich glaube das ist, ja doch, das ist hier die Hafenstadt. Benachtung 300 Gil, wir stecken voll. Alles gut. Wir haben ja doch einiges an Gil bekommen. Und nochmal je nach Accessoires rein. Also nochmal schauen, ob welche cool Accessoires finden. Gewehrschutz vor Blind. Berserker. Ohrringe haben wir schon ein paar. Spritzenauge. Das ist was Gutes, denke ich mal, für Edgar. Siegelring. Reflag ist echt. Kann gut sein. Muss aber nicht. Dann lieber nochmal ein paar Items kaufen. Hier sowas wie, ja, was halt eben nochmal ein bisschen eine Heilung liefert. Beziehungsweise Statusveränderungen geheilt. Weil das kann doch viel, viel schlimmer sein dann. Bogentropfen. Seht ihr mal. Davon haben wir nämlich nicht mehr so viele. Na komm. Nur noch ein paar Zelte mit hier. Oh, Telepostein. Das ist auch geil. Schauen wir mal 10 Stück mit. Peter. Ja komm. Damit wir wieder eine runde Zahl haben. Und hiervon nochmal 9. Damit wir wieder eine runde Zahl haben. Kannst auch bei Eidechsen stehlen. Ja gut, okay. Das ist halt jetzt so. Sag ich doch hier unten. Hier geht's zum Hafen. General Leo wartet bereits. Schön für General Leo. Und hier noch irgendwas? Mal gucken, ne? Gisten und Fässer und sowas. So, die Magitech-Mechs werden gewartet. Ah, da seid ihr ja. Ich habe bereits Verbündete... Ähm... Ich habe... Ich habe euch weitere Verbündete vorzustellen. Ein General aus den Reihen des Imperiums und ein Mann, den ich in der Stadt anheuerte. Oh, ich glaube ich weiß wen. Oh, ich glaube ich weiß wen. Oh, yeah! Hey! Lass mich euch bekannt machen. Generalen Seles und Shadow. Ach, komm, nimm die in den Arm, Mädel! Äh, Junge! Äh, isst was? Nein, nichts. Sehr wohl. Wir brechen morgen auf. Ruht die Nacht in der Herberge. Es ist bereits alles arrangiert. Unsere Mission ist eine Heikle. Sammelt eure Kraft. Lass dich knuddeln! Seles! Lauf nicht weg, ich will dich knuddeln! Seles! Dieses Mal stehe ich im Dienst des Imperiums. Seid unbesorgt. Mein Auftrag ist nicht, euch aus dem Weg zu räumen. Seles, komm zurück! Ich will doch nur kuscheln! Enfranché en français! Na gut. Das kann er auch nicht machen, hier ist zwischen... Das ist mir doch egal! Das ist meine Entscheidung! Das soll er doch hin- und hergerissen sein. General Leo hat bereits alle nötigen Vorkehrungen für Auf... äh, Aufenthalt treffen lassen. Bitte! Voll. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich die 300 Geld sparen können. Fuck. Näppchenjäger bin ich scheinbar nicht. Ich bin da nicht... Ich will doch nicht... Aber, auf jeden Fall. Mach es nicht. Vers... Warum sagst du denn nichts? Klar war ich etwas misstrauisch. Aber wir können immer noch Freunde... Lass! Na toll, sie will einfach nicht reden. Ach, die Mumie. Die Mumie ist schon längst vergessen. Was interessiert mich, die Mumie? Och, Celeste, bitte, 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 rede doch wieder mit uns. Wir stechen in den See. Wir mögen dich doch. Ich mag dich. Alle Maschinen arbeiten einwandfrei, Sir. Alle Voraussicht nach werden wir früh unser Ziel erreichen. Beruht euch bis dahin aus. Noch mal schlafen gehen. Voll. Als würden wir nichts besseres zu tun haben. Hm. Was ist denn jetzt? Kannst du nicht schlafen? Wie mir scheint, sind deine Empfindungen zurückgekehrt. Ist das nicht paradox? Das Imperium hat mich benutzt, sogar meine Gedanken kontrolliert. Und trotzdem arbeite ich jetzt Hand in Hand mit ihm. Auch die Bürger des Imperiums sind letztlich nur Menschen. Äh, auch die Bürger des Imperiums sind letztlich nur Menschen. Nicht alle gleichen Kefka. Wie aber geht es um euch? Wusste um deine Herkunft und die grausamen Magitek-Experimente. Dennoch unternahm ich nichts um ihr Zähl. Ich bin ebenso schuldig wie Kefka. Ich habe eine Frage an euch. Wenn Espa und Menschen füreinander Liebe empfinden können, kann ich als Kind einer solchen Liebe dann selbst einen Menschen lieben? Aber selbstverständlich. Doch ich habe diese Empfindungen namens Liebe noch nie gespürt. Du bist noch jung. Bald wirst du sie erfahren. Ganz sicher. Aber ich hätte so gerne eine Jetzt-Gewissheit. Hier stand der Sinn nach einem Nückerchen im Freien. Mein Gespräch mit Leo, hast du es gehört? Ich hatte nicht vor, euch zu belauschen. Ich Ich kann dir keine Antwort bieten. Du musst sie aus eigenen Kräften finden. Error. Es gibt auf dieser Welt auch Menschen. Absicht versuchen, frei von Gefühlen zu leben. Ist das nie. Ist mir schlecht. Das muss ausgerechnet mir passieren. Im weltgrößten Schatzjäger. So. Aber hier nochmal einen kleinen Cut. Bis gleich.